und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde kosmonautiker so da sind wir wieder und wir haben 120.000 fast wir haben noch fight easy haben wir angenommen dafür müssen wir wieder dinge verlassen und zwar fliegen wir einfach mal dahin dann wollen wir den mal wieder eine wand gibt ja am meisten kohle lustigerweise also handel wohl handeln gibt natürlich auch viel kohle muss man ja auch sagen ist ja jetzt nicht so dass sie gar kein geld gibt wenn man die mission halt macht sich man dafür auch gut geld muss man halt nur gut lagerkapazität haben aber passt auf jeden fall so schauen wir mal und immer wieder abballern so erleden die siele nach und ist fertig und kann sich jetzt schon schießen das schild anmachen er trifft mich frech guckst du doofer mit dem schild my friend so du hast mich keins so also schon wieder ein viertel weg und ich habe nur ein visuelchen aber ich muss die 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 dingens bay nähe an der geschützt dran machen so feuern was oder feuer noch so hier glaubt ihr uns einmal getroffen bis jetzt nur ein oder zweimal also nicht wirklich viel so so mein friend halber da schon fast runter also gut ich bin mal gespannt wenn wir zwei geschütze haben oder so da müssen wir natürlich noch ein schützen haben wir haben ja nur ein im endeffekt eigentlich aber zwei die kann ja auch schilder schütze oder die war da glaube ich na ich weiß jetzt gar nicht eine einer davon kann noch schütze so feuern gleich müsste telefon klingeln aber du hast doch keine chance gegen mich hat siehst du doch so mein freund muss mich nicht an doch jetzt und was kriege ich 16.000 gut 16.000 ok sehr gut und wieder kohle gekriegt und wieder zurück da fliegen wir doch so wir haben jetzt 140.000 die nächste hatte 120 gekostet das nächste was wir uns holen wollten da muss ich aber noch ein bisschen mehr geld haben für die ganzen räume und so weil ich weiß jetzt nicht wie viel wir für das andere schiff kriegen haben wir eine quest eine große artige wir schaffen neun einmal medizin haben wir leider nicht das gibt auch zu wenig fliegen wir erstmal wieder zurück wir sind ja sowieso glaube ich noch am forschen irgendwas ja cyber ports sind beim forschen cyber ports sehr gut was hat das der portal da ne dieses wurmloch oder was auch immer das müssen wir da oben mal hinbauen den und die müssten wir hier unten eigentlich hinbauen die fracht weil eigentlich munition ist da oben besser weil da braucht die nur hier hinlaufen was ach so ja ja wir haben ja ein darlegen gab stimmt ist ja gut so da sind wir was ist denn unseres wert überhaupt 96.000 ist unseres wert das war das glaube ich nicht zwei geschützt um ein torpedo ist natürlich auch geil zwei geschütze ein torpedo da ist natürlich geil aber 650.000 hallo aber wir kaufen das und haben noch 100.000 da passt also da ist ein bisschen groß zwei antriebe krass so haben wir den wohnen brauchen wir natürlich wir brauchen die wir brauchen wir unten hin genau so warum oder immer zwei aber noch natürlich die die dusche haben wir da mal eine hin ich weiß gar nicht reicht eine wir können so weit bauen da können wir uns ein koch einstellen wir brauchen die sich irgendwann noch eine zweite kommen besser ist es ja dann geht es weiter einrichtung cargo holt ist klar sollten wir auch ein paar haben ich würde sagen wir bauen mal vier erst mal vier stück sollten erst mal reichen soll das geile klar soll man auch bauen mir so vielleicht ein paar zwei dingens kabinen hier so haben wir auch helix die medibay haben wir jetzt auch stimmt können wir auch bauen so und das hackcenter haben wir auch mhm bot buddy können wir auch mal bauen ne genau haben wir ja noch cola also bauen wir mal wie per bot und den dingens einfach so das hackcenter würde ich auch gerne bauen da bauen wir mal hier hin so was haben wir sonst noch erholung der gym natürlich brauchen wir auch was ist das arkade brauchen wir nicht das hier sollen wir auch mal bauen aber jetzt können wir langsam Platzproblem ach ne hier unten haben wir auch einen Platz wollen wir da hin arkadebox braucht keiner was ist das passt das hier irgendwo noch hin pass auf wir bauen das das noch da unten hin dann bauen wir das da hin so jetzt kommen die Waffen Torpedo Bay können wir nicht bauen ne doch hä ne Moment der hat doch ein Torpedo bin ich schon blöd auf jeden Fall das Schild also klar so wir können zwei Fire Tools bauen aber warte mal bist du die irgendwo hin bauen ach da können wir die nur hin bauen ok scheiße da müssen wir natürlich jetzt gucken wir können die nur da hin bauen weißt du was wir machen was anderes warte mal wir bauen das hackcenter da oben hin das bauen wir auch nicht hallo fahr dich da hoch dann gehst du nicht doch jetzt das hackcenter ist jetzt da oben aber wir kriegen ein Problem wir können das hier nicht verschieben weil wir zu viel äh Dinger haben äh oder wir bauen die wir verkaufen eine von denen ach ne das ist doch nur zwei groß ne das die Torpedo Bay oder warte genau die war nämlich nur zwei groß haaa sehr gut haben wir ähm dann brauchen wir jetzt nur noch diese Dinger wobei wir aber keinen Platz mehr haben sehe ich gerade hab ich keinen Platz mehr puh da du hast Schild das ist der Turret das ist das Skylab was auch dann verkaufen wir einen von denen so dann packen wir das Skylab da unten hin komm da runter so dann verkaufen wir von denen auch noch einen pass auf dann packen wir das nämlich hier so hin und das da und fertig und dann bauen wir nämlich hier oben noch paar Waffendinger hin und gut ist so richtig geht doch so jetzt können wir Torpedos kaufen für 19.000 war aber das aber teuer 11.000 Twitchfire auf jeden Fall zwei Torpedos können wir noch kaufen ähm ähm wir können auch nur zwei wir brauchen noch Crew Sanitäter Forscher Pilot wir brauchen eigentlich einen Hacker mindestens Stufe 1 einen Koch so wir haben einen Koch hätten wir da Stufe 2 sogar den nehmen wir mal den nehmen wir und den Hacker so wir brauchen noch mal noch einen Schützen ne zwei Stück sogar noch Schützen brauchen wir noch eigentlich zwei Stück da haben wir einen so haben wir keinen Schützen mehr scheiße und Schützen immer noch los es gibt einen Schützen da haben wir noch einen geht doch so haben wir ach so geht nicht mehr okay ach so geht er nicht mehr die ist Pilot Reiniger die ist Schütze ist klar Reiniger Koch den können wir zum Beispiel einen Koch brauchen wir gar nicht für mich gerade so ein dann hol mal ab ja auf Wiedersehen dann holen wir uns sehen noch geht doch ich nein so Aufgaben was haben wir denn hier wie füllt MediBay der ist einmal bedient geschützt genau der repariert der putzt und kann kochen was heißt das denn weiß ich nicht genau bedient Schilde ist klar so der kann im Kampf kann er noch ein Geschütz bedienen genau der hackt und der bedient nicht geschützt der bedient Torpedos die so aber ich frage mich warum der beim Koch ich habe doch das Ding oder oder brauche ich noch irgendwas Einrichtung MediBay Hackcenter Erholung Club die Kabinen ne war das bei Wohnung da habe ich doch gebaut oder bin ich blöd da klar hier hm das verstehe jetzt mal einer wir haben sogar noch einen Platz da unten sehe ich gerade was ist das denn warum geht das jetzt wieder nicht ich weiß es nicht egal was haben wir für Quests lootige Rituale nehmen wir direkt mal an und gib ihn da müssen wir glaube ich wieder nur ablegen in Doorkhaven wo sind wir gerade ist er das auch da ist er noch der Priester naja so rander den hohen wir uns ja immer wir haben Torpedos jetzt und so so jetzt haben wir ja genug Sachen die wir machen können wir haben alles mögliche gebaut ein riesen Schiff jetzt mit drei Waffensysteme bin ich mal gespannt das ist natürlich doof der hat natürlich jetzt die haben natürlich gar nichts zu tun weil die nur Schützen sind ja der ist nämlich nur Hacker Schütze Schütze und so weiter ist natürlich jetzt nicht so toll sollten wir wenn sie aufgestiegen sind auf jeden Fall ähm was anderes noch machen lassen ach so da brauchen wir gar keinen Koch für ach so ah ja 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 Quatsch nicht so besetzen sie alles guck mal du sollst bitte die hat die Schilde ich hab keine Ahnung mach mal mach mal die haben wir die Navigationssysteme so guck mal an hier Schilde werden auch besetzt so so Doppelschuss hier da wir sehen peng 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 er kommt direkt noch im Torpedo angeflogen hier jetzt kriegst du Prügel kriegst du bumm hat er das gemacht das werde ich den nächsten noch feuern peng 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 warte ruft schon an ich kann dich immer noch besiegen sagt er nix 26.000 so ran an die Buletten wir fliegen wieder zurück so und wir haben noch Kohle gekriegt für den für die Quest ha ha so läuft das so läuft das und nicht anders jetzt gehen wir jetzt richtig Asche hier jetzt haben wir noch keine Torpedos mehr ärgerlich da wollen wir uns mal neue kaufen was heißt achso da sind die Bots jetzt die machen hier auch mit alles gut gefällt mir das ist nochmal ein schönes Schiffchen jetzt oder die Mana Tide oder Mana Tide so ist das schön können wir bald auch die Hauptquests weitermachen denke ich mal dann ist unser Club Unit unsere Forschung ist fertig und ich glaube ich glaube ist jetzt alles durch oder ist ja irgendwann nicht ich glaube wir haben alles durch ja und dann forsch mal hier unten mach einfach fertig so ach wir sind schon da ok reparieren brauchen wir uns nicht Raumwartung ja komm reparieren wir ähm ja ein paar Waffen natürlich kaufen mal wieder auffüllen so hast du eine Quest fight easy wieder nehmen wir natürlich und wir müssen ja glaube ich sowieso zum Kataport ne wir müssen in irgendeine andere Galaxis ne war das doch für die Quest wir müssen nach Jaik Ike gut dann fliegen wir noch zum Kataport schon mal dann können wir unterwegs den einen noch wegnageln und dann ist gut da kommt er ja komm doch komm my friend mach mal die Waffensysteme kleiner Hacker so ran an die Buletten so guck mal da geht schon los schon alles besetzt wir haben drei Torpedos leider nur können wir mal einschießen ran an die Buletten schießt ja immer da hin da kommt ja der Torpedo oh der explodiert unterwegs ok das sollte man auch wissen ne ups na dann das wusste ich ja gar nicht aber dann müsst ihr ja jetzt treffen eigentlich bomboa ok der Torpedo ist gut küss mir die Füße gut jetzt schon an er ist doch schon fast kaputt sehe ich gerade ups Entschuldigung ja alles klar 44.000 danke sehr gut auf der Kohle gegeben und nochmal 6000 mein Gott sind wir schon wieder reich und die Folge schon wieder vorbei ups wir fliegen mal kurz noch zum Katapurter wenn man die wieder und dann fliegen wir zum Jeeke System irgendwo da Jeeke alles klar gut dann schauen wir mal 75.000 haben wir wieder das ist auf jeden Fall eine einfache Art Geld zu kriegen hier Credits zu kriegen sagen wir es mal so gut dann würde ich sagen wie immer wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da ansonsten wieder einen schönen Tag einen schönen Abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Kosmonautiker Tschüssingen dann dann Und...